Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Wenn euch das Video gefällt freue ich mich wie immer sehr über ein Like und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und aktiviert das Glockensymbol. In meinem heutigen Video geht es noch mal um den Saisonstart in Saison Nummer 17 und zwar geht es da um einen kleinen Level-Tipp, der insbesondere Spielern, die mit einem Dämonenjäger oder einem Totenbeschwörer in die Saison starten, das Leveln in Season 17 enorm erleichtert. Prinzipiell dreht sich da alles mal wieder um das Herausforderungsportal und auch an dieser Stelle noch mal der eindringliche Hinweis, bitte schließt das Herausforderungsportal in dieser Woche erst nach Saisonbeginn ab. Das hat den Hintergrund, dass wenn ihr das vorher abschließt, habt ihr keine Möglichkeit mit eurem saisonalen Charakter an die Belohnung daraus zu kommen und eben diese Belohnung hat sich im Spiel etwas verändert. Das hat sich jetzt schon auf dem PTR abgezeichnet gehabt, das ist vielen Spielern dort schon aufgefallen und da ich mir aus der letzten Season noch ein Herausforderungsportal-Würfelchen aufgehoben hatte, war es mir möglich das Ganze jetzt auch auf dem Live-Server nochmal nachzuvollziehen und es ist tatsächlich so, dass in diesem Herausforderungsportal-Würfelchen 35 Atem des Todes enthalten sind. Das waren vorher nur 10 Atem des Todes, aktuell gestern auf dem Live-Server getestet 35 Atem des Todes aus dem Herausforderungsportal-Würfelchen. Da ich das wie gesagt jetzt auf dem Live-Server auch ausprobiert habe, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sich das bis zum Saisonbeginn noch wieder ändert und dann danach wieder nur 10 drin sind und deswegen jetzt hier diese Thematik. Dadurch, dass wir dann 35 Atem des Todes zur Verfügung haben, ermöglicht es uns das auch schon auf Level 1, einen Gegenstand über Kanais-Würfel aufzuwerten. Gut, Level 1 wird vielleicht nicht funktionieren, denn wir müssen uns natürlich auch erst Kanais-Würfel organisieren. Den finden wir nach wie vor in Akt Nummer 3 und zwar in den Ruinen von Sacheron und wenn wir uns den organisieren, müssen wir zwangsläufig auch die Monster kloppen, die in der Ebene rumstehen und dementsprechend wird das natürlich nicht auf Level 1 passieren. Aber sehr, sehr früh im Spiel haben wir die Möglichkeit, uns einen Gegenstand über Kanais-Würfel aufzuwerten. Dafür benutzen wir dann das dritte Rezept und dafür benötigen wir 25 Atem des Todes. Wir erhalten wie gesagt 35 Atem des Todes aus diesem Challenge Rift Bag und was wir als allererstes damit machen, ist wir werten unseren Schmied auf Stufe 12 auf. Dafür benötigen wir zwei Atem des Todes und haben danach dementsprechend noch 33 Atem des Todes übrig. Nachdem wir das gemacht haben, wenn wir ein Dämonenjäger sind, craften wir uns beim Schmied einen Dolch und zwar einen Level 70 Dolch. Und wenn wir das getan haben, nehmen wir diesen Level 70 Dolch, werfen ihn in Kanais-Würfel, schmeißen die benötigten Materialien dazu und werten diesen auf. Das Schöne beim Dämonenjäger ist, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben, was dabei rauskommen kann. Das ist einmal der Dolch Lord Greenstones Fächer und auf der anderen Seite wäre es dann noch Kalais Spitze. Egal welches Item dabei rauskommt, es ist ein absoluter Game Changer. Denn wir haben hier beim Lord Greenstones Fächer eine enorme Schadenserhöhung auf dem Dolch Fächer und wir haben auf Kalais Spitze eine sehr, sehr gute Schadenserhöhung für Aufspießen. Das heißt, völlig egal, was dabei jetzt rauskommt, wir können alles effektiv davon benutzen. Denn was wir jetzt natürlich machen, ist, dass wir diesen Dolch auch gleich wieder zurück in Kanais-Würfel schmeißen und dann dementsprechend über das erste Rezept die legendäre Eigenschaft von dem Dolch entziehen und es dann auf dem Waffenslot des Würfels ausrüsten. Das kostet uns nochmal weitere fünf Atem des Todes. Das heißt, wir haben jetzt die 25 zum Aufwerten, die fünf Atem, um die legendäre Eigenschaft zu entziehen und die zwei Atem des Todes, die wir für die Aufwertung des Schmiedes brauchten, sodass wir in Summe insgesamt 32 Atem des Todes verbraucht haben und jetzt noch weitere drei Atem des Todes übrig haben. Das, wie gesagt, funktioniert wunderbar beim Dämonenjäger aufgrund der Tatsache, dass wir dort nur zwei unterschiedliche Dolche bekommen können. Das funktioniert aber genauso gut beim Totenbeschwörer, denn der Totenbeschwörer, wenn wir dort eine Zweihandsense aufwerten, ist es auch völlig egal, welches Item dabei rauskommt. Wir werden auf jeden Fall einen enormen Schadensbuff haben und mit diesem Schadensbuff fällt das ganze Gelevel natürlich deutlich leichter und geht sehr, sehr viel schneller von der Hand. Und das ist halt das Schöne daran, wir können uns jetzt hier gerne nochmal gemeinsam eine kleine Tabelle anschauen. In dieser Tabelle haben wir dann eine kleine Übersicht, welche Items wir mit welcher Klasse aufwerten sollen und welche Chance wir haben, ein gutes Item zu bekommen. Und da sehen wir auch gleich schon, dass der Totenbeschwörer und auch der Dämonenjäger hier hinten die 100% stehen haben, denn da ist es wie gesagt völlig egal, welches Item wir bekommen. Wir bekommen dadurch einen megamäßigen Schadensoutput Buff und das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Die anderen Klassen stehen leider Gottes nicht ganz so gut da, deswegen würde ich schon fast persönlich sagen, macht es mehr Sinn, bei den anderen Klassen die Atem des Todes aufzusparen und vielleicht einfach im Laufe des Levelprozesses ja einfach die eine oder andere legendäre Eigenschaft von Items, die man findet, über Kanaiswürfel zu extrahieren und dadurch halt ja vielleicht einen stärkeren oder eine bessere Chance hat, einen stärkeren, stärkeren Buff einfach zu erhalten. Wenn man das aber natürlich machen möchte, kann man das hier machen. Beim Barbaren würden sich die Zweihandmächtigen Waffen lohnen, beim Zauberer die Einhand Zauberstäbe, beim Hexendoktor die Mojos und beim Mönch sind es die Zweihand Daibos und der Kreuzritter steht besonders schlecht da, genauso wie der Hexendoktor. Da gibt es nicht wirklich was zu holen. Es ist auch beim Kreuzritter völlig egal, ob wir die Einhandpflege oder den Kreuzritterschild nehmen. Wir haben effektiv gesehen nur eine Chance von 27, 28 Prozent da an ein gutes Item zu kommen und ja, da wir nur einen einzigen Versuch haben, weil wir eben nur diese, in Anführungszeichen, nur diese 35 Atem des Todes zur Verfügung haben, würde ich das in dem Fall tatsächlich nicht riskieren. Das ist auf jeden Fall eine Änderung am Spiel, die erwähnenswert ist. Dementsprechend wollte ich euch diese Information damit mitteilen. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen. Jetzt möchte ich mich wie immer fürs Zuschauen bei euch bedanken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in Saison Nummer 17. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video.